Mit dem Leg Leather erhöht ihr maßgeblich die Kraftfähigkeit eurer unteren Bauchmuskeln und der Gesäßmuskulatur. Für die Übungsausführung legt ihr euch ohne Hohlkreuz auf den Boden und sichert diese Position seitlich mit den Händen ab. Ihr führt dann die geschlossenen und gestreckten Beine in den 90 Grad Winkel über den Körper und senkt diese wieder in die Ausgangsposition ab. Diesen Vorgang wiederholt ihr beliebig oft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.